mal zertisch willkommen beim video magazin und einem neuen video meinerseits und wieder freizeitpark news und updates und ihr habt es natürlich alles schon mitbekommen die freizeit parksaison in deutschland geht wieder los bzw hat auch schon wieder angefangen wenige parks sind vor zwei wochen ungefähr schon in die saison gestartet dann sind einige nachgezogen vor einer woche und spätestens jetzt am kommenden wochenende am 9 april geht es eigentlich für jeden freizeitpark in die saison 2022 und das dann auch pünktlich zu dem beginn der meisten osterferien mehr oder weniger zeitgleich sind auch fast alle corona maßnahmen weggefallen so dass ihr in fast allen freizeitparks ohne 3g nachweis wieder rein kommt ohne teilweise vorher tickets zu reservieren und die maskenpflicht entfällt das ist glaube ich so der absolute meilenstein wie gesagt ist das dann die pflicht die wegfällt jeder kann so wie er mag natürlich gerne weiterhin eine maske tragen der deutsche der früher über asiaten immer gelacht hat dass die masken tragen wenn sie krank sind feiert seine maske er heute noch mehr ab als auto waschen am samstag vormittag es gibt aber eine ausnahme bzw ist bisher wirklich nur ein einziger freizeitpark bekannt der die maskenpflicht noch nicht aufgehoben hat solltet ihr mehr als diesen park kennen schreibt das gerne mal in die kommentare würde mich natürlich interessieren alle anderen wahrscheinlich auch und die rede ist vom movie park germany im movie park germany bleibt die zuletzt geltenden maskenpflicht regel weiter bestehen damit ist der movie park germany der deutscheste freizeitpark von allen und heißt jetzt am besten movie park deutschland und hätten das jetzt alle parks so gemacht hätte ich mich wirklich eher auf das europäische ausland fokussiert wo das halt alles schon erledigt ist ist jetzt auch kein thema wo man jetzt groß darüber diskutieren muss kann ja jeder gerne sehen wie er möchte ich wäre dann einfach nur in die anderen parks gefahren wie in den niederlanden belgien frankreich das ist auch ganz schnell zu erreichen für uns oder auch nicht so schnell zu erreichen aber was ganz weit oben auf der agenda steht mit einer neuen öffnung von einer achterbahn ist zum beispiel dänemark aber ich weiß das ist die german angst alles gut ihr müsst euch nicht rechtfertigen update zum efteling hotel haben wir ja in einem der letzten news videos schon gehabt und wir haben euch ein video mitgebracht mit sachen die neu in efteling sind waren seit unserem letzten besuchen die haben euch alle mal vorgestellt wenn ihr das noch nicht gesehen habt guckt euch das gerne mal an und das ganze wird das efteling grand hotel und das artwork sieht schon wirklich atemberaubend aus da bin ich sehr gespannt wie das fertig aussehen wird das sieht richtig richtig gut aus und die bauarbeiten zu dem hotel werden nach dem sommer beginnen und geplante fertigstellung des hotels mit insgesamt 700 betten auf sieben etagen mit 143 zimmern ist für das jahr 2024 geplant auch das ravensburger spieleland startet am 9 april in die saison 2022 und das auch mit vielen neuheiten ab spätsommer wird zum beispiel die parkeisenbahn brio express die inzwischen 20 jahre alte parkeisenbahn elisa ersetzen sieht auf jeden fall schon sehr cool sehr spannend aus außerdem neu für 2022 bewegt dich schlau mit felix neureuther dann auch noch neu die omira milchscheune wo es auf 200 quadratmetern rund um das thema milch gehen wird auch neue ravensburger erlebnispavillons zum beispiel mit ravensburger klassik kann als fotokulisse oder auch der sami vorlesewelt und richtig cool wird auch in der saison 2022 die erweiterung des parkeigenen feriendorfes und zwar könnte in der brio eisenbahn übernachten und das entweder in der brio lock oder in einem der 19 waggons das klingt richtig richtig cool ja und wie erwähnt stehen ja die osterferien vor der tür und auch dann beim alma park in gelsenkirchen der park in gelsenkirchen ist laut eigener aussage der größte indoor freizeitpark in deutschland und hat dann in den osterferien täglich von 10 bis 22 uhr geöffnet und wenn ihr den alma park nicht kennt dort gibt es verschiedene sachen die auf 9000 quadratmetern fläche machen könnt es gibt zum beispiel eine mini golf anlage trampolin park sechs live escape rooms pool ball paintball laser tag mehrere soccer felder auf denen man bubble ball und auch aerotech spielen kann wir waren auch selber schon mal vor ort mit der kamera da haben wir dann auch adventure mini golf gespielt haben euch schon mal gezeigt und wenn ihr jetzt sagt so ja nee indoor das ist nichts für mich ich möchte lieber nach draußen achtung werbung es gibt auch outdoor rätsel touren link dazu findet ihr in der video beschreibung ist ein affiliate link und wir haben euch auch schon zwei videos dazu mitgebracht die verlinke ich euch am besten auch in der video beschreibung wo wir solche outdoor rätsel touren machen und das bedeutet ihr seid draußen unterwegs mit dem handy kriegt dann verschiedene aufgaben und müsst zu verschiedenen punkten irgendwo in einer bestimmten stadt die euch vorher aussucht das ganze ist nämlich jetzt bald komplett flächendeckend und deutschland weit möglich und wie gesagt gibt es einen link dazu in der video beschreibung könnt euch gerne mal angucken beziehungsweise die beiden videos die wir gemacht haben und das ganze gibt es von super einfach bis schwer und dann könnt ihr draußen knobeln rätseln und eine stadt erkunden und anders kennenlernen wenn wir demnächst auch noch mal neue touren machen das kann ich euch schon mal versprechen auch für das fortfahren abenteuerland geht es am 9 april in die saison 2022 das ist eine ganz besondere saison für das fortfahren abenteuerland denn der freizeitpark im sauerland feiert sein 50 jähriges jubiläum und das unter dem motto wir feiern geschichte und das fortfahren verspricht eine saison voller events und den event start schuss gibt es direkt schon am zweiten öffnungstag und zwar mit dem kindermitmach konzert von herrn h oder herr h oder so darauf folgt dann auch schon am 16 april pia und nino deine kinder band zum mit rocken und direkt im anschluss am 17 und 18 april gibt es natürlich das traditionelle ostereier suchen im fortfahren abenteuerland auch neu zur saison 2022 wird es im saloon eine neue einmalige zaubershow geben unter den namen secret magic club die letzten jahre wurde fortfahren ja auch sehr viel in renovierungsarbeiten investiert so zum beispiel bei los rapidos oder auch beim wild river und zum wild river haben wir euch damals auch eine kleine reportage mitgebracht wie wild river zu der beaver and bear company geworden ist könnt euch gerne mal angucken das ist eine ganz interessante sache und dieses jahr sind auch zwei attraktionen dran die jetzt auch noch mal aufgehüpft werden renoviert werden und im neuen ganze für euch erstrahlen werden zum einen die rocky mountain rally und zum anderen die devils mine ein video zum fkf award hat mir schon als diese im rahmen der fkf convention dieses jahr verkündet worden und einer der preisträger ist right to happiness by tomorrowland im plopsaland depane und am 26 märz machte sich eine delegation von 35 fkf mitgliedern auf die reise nach belgien um diesen park zu besuchen um dort direkt vor ort den fkf award in form eines glasquaders mit 3d gravierten riesenrad zu überreichen wenn den fkf award nicht kennt gerne das video dazu angucken das etwas ausführlicher aber das ist ein award der vom freundeskreis kürmisch und freizeitpark e.v verliehen wird und das schon seit 2003 jedes jahr für die neuheiten im bereich kürmisch und freizeitpark in europa und da entscheiden immer die mitglieder des vereins welche diese attraktionen einen dieser awards verdient hat in den kategorien achterbahn attraktion und schaustellerbetrieb und im bereich achterbahn ist es diesmal right to happiness by tomorrowland im plopsaland depane geworden das ganze ist ein sogenannter extreme spinning coaster der firma mc rides und wirklich krasse besondere achterbahn ausführliches review dazu gibt es hier auf dem kanal natürlich auch zu sehen da geht es dann mehr ins detail was diese bahn so kann und besonders macht wenn wir schon bei der plopsa gruppe sind plopsaland depane geht es zum holiday park der ebenfalls zur gruppe gehört und auch der holiday park wird einen tomorrowland themenbereich wie das plopsaland depane bekommen das ist schon angekündigt und für 2024 geplant ob es ein extreme spinning coaster geben wird ist nicht bekannt gegeben worden man verspricht aber eine spektakuläre attraktion was es genau wird da hält sich der park noch bedeckt aber auch sonst passiert sehr viel im holiday park denn die plopsa gruppe möchte bis 2025 insgesamt 65 millionen euro in den standort in hasloch investieren man hat jetzt auch schon im vergangenen winter mit 1,5 millionen euro ein großes investment getätigt bei der wildwasserbahn wikisblech zusätzlich gab es aber auch noch einen neuen im bestand und bis 2023 wird es auch anschließend an den themenbereich the beach einen neuen bereich geben bzw einen großen wasserspielplatz und dieser wasserspielplatz hat auch eine lizenz und zwar zu super swings ist eine kinderserie kennt ich persönlich nicht aber ich kann euch schon mal was davon zeigen was wir auch schon mal live gesehen haben nicht in aktion und zwar ebenfalls ein super swings wasserspielplatz im mayaland in polen die gehören ebenfalls zur plopsa gruppe und so in diese richtung wird das ganze auch gehen und im holiday park ist es natürlich auch so dass gerade an warmen tagen die wasserattraktion sehr beliebt sind es wird auch noch mehr wasser im holiday park geben und zwar dann mit dem park eigenen wasserpark der direkt neben dem haupteingang entstehen wird und natürlich die klassiker beinhalten wird wie ein wellenbecken mehrere kinderbecken lazy river oder auch einen außenbereich und natürlich selbstverständlich gibt es dann auch diverse rutschen aber nicht nur dieser schwimmbad komplex soll noch zusätzlich kommen zu dem neuen timbrech und dem wasserspielplatz sondern auch das holiday park hotel soll auch kommen und das sieht auf dem artwork auch schon mal sehr cool aus sehr vielversprechend das finde ich auch echt spannend interessant und sehr schickes hotel was 350 betten dann haben sollen wird und da geht es auf jeden fall gut ab im holiday park ich habe das schon vor vielen jahren gesagt es ist ein cooler park und eine coole zeit verbringen kann und die sind echt immer besser geworden und es wird immer besser und langsam wird es richtig krass und ordentlicher krasser großer freizeitpark ich bin sehr gespannt wie sich das ganze weiterentwickelt freue mich da auf jeden fall drauf was da so kommt wenn ich mir das prop salant in der panne angucke echt cooler park und wenn das über mehr in die richtung geht das ist auf jeden fall sehr cool und ansonsten war es das wieder mit den news und updates war auch wieder viel kram viele neuheiten viele updates jeden tag 18 uhr gibt es hier ein neues video falls ihr in der letzten zeit ein paar sachen verpasst hat weil ein paar sehr lange videos kam es gab die letzten zwei wochen sehr viele reportagen wo wir euch mit hinter die kulissen genommen haben von freizeitparks euch zeigen wie macht man die erste testfahrt bei einer neuen achterbahn und was für probleme gibt es selbst bei einer kleinen kinderachterbahn weil da so viele sicherheitsparameter mit drin sind die man erstmal alle kontrollieren und abarbeiten muss bevor man so eine bahn überhaupt starten kann weil selbst die kleinste kinderachterbahn heutzutage schon sehr sehr sicher ist über große projekte die wir über zwei jahre hinweg begleitet haben mit der kamera oder auch kleine einblicke irgendwo hinter die kulissen also check mal die playlist reportage da gibt es viele spannende einblicke in die welt der freizeitparks hier vielleicht so noch nicht gesehen habt ansonsten jeden tag aktion neues video und ich bin jetzt raus ihr seid die coolsten euer profis heute videomagazin bis